So Leute, was geht? Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, hey! Die FIBO ist zu Ende und ja, wir waren das erste Mal, als wir sehen uns oben hier unterwegs, Fitness-WG. Wir wollten uns auf dem Wege nochmal bei euch allen da draußen bedanken für das ganze Feedback. Also wirklich sorry, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen kaputt gewirkt haben. Wir waren wirklich alle vier Tage hier, wir hatten echt einen anstrengenden Dreh mit RTL. Aber echt Danke an jeden Einzelnen, der zu uns gekommen ist, der Bilder mit uns gemacht hat, für das ganze Feedback. Ey, das war saugeil. Im Endeffekt machen wir das echt für euch, weil wir Spaß daran haben. Ja, wer hätte das gedacht, vor vier Wochen dann? Das ist jetzt schon so... Ja, ey, das ist schon geil, ne? Das hätte ich auch nicht gedacht, muss ich mal nicht sagen. Es war wirklich eine geile Zeit hier, auch wenn es anstrengend war. Es hat enorm viel Spaß gehabt. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ich fühle mich richtig fett nach der FIBO, ist auch geil. Dann gehst du auf die Fitness-Best und danach ist deine Form schlechter als vorher. André, André fühlt sich fett nach der FIBO. Ist einfach so, ja. Ich fühle mich jetzt gut die Ärzte. Wollt ihr noch ein Foto machen, schieben uns recht herzlich bei euch. Dann sehen wir uns oben. Und wir sehen uns auch hier oben. Wir sind Ricky Rouse. Wir machen jetzt das letzte Bild und dann gehen wir von der FIBO. Guck mal, ihr seid jetzt sogar drinnen. Echt? Das letzte Bild, was wir heute machen. Okay. Ich schenke dem Marc den Beat. Das freut mich. Danke. Wie heißt du denn? Bin ich schon. Woher kommst du? Aus Augsburg. Aus Augsburg. Und woher? Weil ich euch auf YouTube verfolge. Mit uns, Entschuldigung. 1, 2, 3. Ah, guck mal. Das passt ja ganz gut. Wir haben nicht gerade gehört jeden Tag. Okay. Und du findest so dein Kanal ganz okay. Ich finde ihn echt gut. Ich verfolge ihn gerne. Entschuldigung. Ich finde das echt gerne ab. Das gefreut uns auf jeden Fall. Wir haben gerade ein Video darüber gemacht. Ich bedanke mich bei den ganzen Leuten, die zu uns kommen und das Video geben. Freut mich sehr. Dann machen wir jetzt noch ein Bild. Wir sehen uns oben. Wir zeigen auch. Genau. Tschüss. 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 Beste, wo gibt es ja? Okay. Boah, ey. Jetzt sehen wir uns oben. Wollen wir scheiß guter jeden Tag fahren? Ja, hier bist du. Boah, ey. Du bist so schreddet, du bist mich verarscht. Boah, ist der schreddet, Alter. Meine Scheiße, Alter, ich muss ja wegmachen. Ihr seid die besten, Alter.